Was geht Fans von Paan? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Dragon Ball Legends und mittlerweile habe ich endlich Paan sogar auf 10 Sterne, demnächst wenn ich die 300 Seen kriege ist sie sogar schon auf 11 Und ich habe ja schon angekündigt, dass ich eine Reihe machen werde, wo ich halt Paan in verschiedenen Teams als Supporter teste und ich würde sagen, prädestiniert ist sie für den Anfang im Region Team, weil sie erhöht ja mit ihrer Fähigkeit halt die Regenerationsrate Und zwar hier, wenn sie auf die Bank geht, gibt sie halt 40 Ki dem Verbündeten, zugefügter Schaden ab und Lebensenergieregulation 5% ab bis zu 20 Was natürlich dann zum Vorteil für Heilungseffekte ist, ich habe erst überlegt, ob ich hier den Fettenbo spiele, aber der hat halt keinen Damage Cut Er wäre vielleicht gut, um den Gohan ein bisschen aufzuhalten, das Problem ist, er ist sehr ausgeglichen, was Strike und Blast angeht Das heißt, er kann auch einfach Blast oder grüne Karten oder sonst irgendwas ballern und dann das Ganze übergehen Aber wir haben ja auch diesen Boo und da ich den halt relativ hoch habe, plus, dass seine grüne Karte ihn um 15% heilt, ihm halt nochmal Kartenziehgeschwindigkeit gibt und 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 Das in Kombination mit dem Piccolo und Paan, der Piccolo gibt ja nochmal Kartenziehgeschwindigkeit runter und sorgt mit Paan zusammen dafür, dass mehr grüne Karten kommen Würde ich das einfach mal ausprobieren, wir machen das natürlich im Saver-Pvp-Modus und zwar im spannenden Scharmützel und ich würde sagen, wir quatschen nicht mehr lange, wir gucken uns nochmal kurz die Ausrüstung an, damit ihr das auch noch habt Ähm, Paan eigentlich etwas offensiver ausgelegt, weil das Team schon mit Doppel-HP und Doppel-Defense sehr defensiv ist Ähm, Boo hat halt die stärkste Ausrüstung, die er halt so zur Verfügung hat, glaube ich Und Piccolo ist auch etwas offensiver, ähm, mit seiner Ausrüstung Legen wir los Unser erster Gegner ist Movie Trinity und der hat die Paan offenbar nur Hä? Wie hat er die denn auf 100 bekommen? Gab's die 300 Seelen schon und ich hab das nur verpeilt? Keine Ahnung Ja, ähm, wir fangen auf jeden Fall mit Paan an Dann den Boo und Piccolo Ah, Drop-Kombo Dann müssen wir zweit mal Digga, wie viele Karten hast du denn schon wieder? So, erhöhte Kartenziehgeschwindigkeit 1 Manischleiste voll Der wehrt sich aber auch vehement, Alter, das ist ja widerlichsten hoch 10 Immerhin das hat geklappt Okay, ich hab auch das Semi-Kombo gedroppt, nur mal by the way Deswegen spiele ich nicht im richtigen Modus, weil das hätte jetzt auch gewaltig nach hinten losgehen können Nope 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 Das war's mit Beast Gohan Ja, perfekt konnte ich so nicht spielen Aber ihr seht, der Boo kann theoretisch gut Schaden machen Das, was ihn jetzt aufgehalten hat, ist, dass sein Key immer gesenkt wurde Sonst hätte ich ja eigentlich mit dem richtig gut durchstarten können Springen wir zum nächsten Oh, Movie Trinity, das hatten wir ja noch gar nicht Ähm, ja komm, starten wir mit Paan auf Ist egal, ob er den Beast Gohan jetzt anfangs nimmt Als ob ich es prediktet hätte, oder? Ah, schade Das trotzdem kein Bug, Doppel-HP und ein bisschen Scheiß Hängt ja nicht wirklich gut Das, das ist das dämliche an den neuen Charakteren Man kommt einfach nicht aus den Kombus raus Heilung Ich guck mal, ob ich von hier aus den Kombus wirken kann Jetzt bestimmt irgendwas kommt Wo ist das? Ja, das kann sich sehen lassen Mit Schaden Das dachte ich mir auch schon Nein Alter, die paar HP-Punkte noch Was der alles machen kann in diesem kurzen Moment Guckt euch das an, ey So lächerlich Der macht Hauptfähigkeit, grüne Karte, Ulti Und ich kann nichts dagegen tun Immerhin ist der Beast Gohan jetzt weg Natürlich droppt der im richtigen Moment die Kombo, ist ja klar Deswegen zum Beispiel spiele ich das ungern solche Sachen Ah Fuck Wie viele Karten der jetzt einfach noch gezogen hat Ich wusste es Deswegen sind auch so lange Kombus ekelhaft Weil du dann einfach keine Option mehr danach hast Das werde ich jetzt wahrscheinlich verlieren Ah, nee, doch nicht Habe ich Schwein gehabt Sehr schön Ja Ist natürlich jetzt kein Top 1000 Team oder so Aber es ist halt mal ganz lustig damit zu testen Ich werde natürlich noch weitere Kämpfe mit solchen Teams machen Aber immer halt wieder in diesem Modus Ich finde dafür ist es ja richtig gut Weil ihr seht Ich habe hier ernstzunehmende Gegner So ist es nicht Nur verliere ich dadurch keine Punkte Wenn ich mal verkacke Und das hat mich immer beim normalen PvP aufgeregt Wenn ihr davon mehr sehen wollt Schreibt es gerne in die Kommentare Von meiner Seite aus war es das Ich danke euch fürs Zuschauen Ich danke euch fürs Supporten Schaut gerne in die anderen Streams vorbei Und ich sage bis dann und ciao Hat Spaß gemacht mit dir Auch wenn unsere Zeit ziemlich kurz war Denn jeder der es wagt Den Frieden zu zerstören Wird von hier fortgejagt Kriegt deine Kraft zu spüren In dir fängt ein Feuer Die Power der Dragon Ball